Apples iTunes 11 wurde unter anderem ein neues Design verliehen, wodurch es wesentlich übersichtlicher als die ältere Version wirkt. Wenn nun eine Datei angeklickt wird, öffnet sich direkt unter dem Vorschaubild das Menü mit den Titeln. Der neu konzipierte Miniplayer beinhaltet alle wichtigen Funktionen und besitzt kompakte Ausmaße. Neben dem Design wurde auch die Suchfunktion verbessert. So ist es jetzt wesentlich leichter, Videos, Musik und Podcasts zu finden. Neu bei iTunes ist die iCloud-Integrierung. Pausiert man am Computer beispielsweise ein Stück, wird dieses bei Bedarf am iPhone an genau dieser Stelle weitergeführt. Was geblieben ist, ist die Wiedergabeleiste am oberen Rand des Programms. Untertitelung des ZDF für funk, 2017